Dekohaus Kesselsdorf Im Jahr 1992 wurde die Handelsagentur Quasdorf gegründet. Nach erfolgreichem Start wurde 2001 erstmals in Deutschland ein Showroom in einer einzigartigen Dimension am Standort Dresden-Kesselsdorf errichtet. Auf ca. 350 Quadratmeter stellt Ihnen die Handelsagentur Quasdorf ein riesiges Sortiment aus den Bereichen Floristik und Dekoration vor. Das Sortiment umfasst Artikel für alle vier Jahreszeiten. Die Handelsagentur vertritt namhafte Hersteller und Importeure mit ihren hochwertigen und optisch interessanten Produkten. So gehören die Firma Lucht, DPI, Sandra Rich und Riffelmacher und Weinberger zu den Vertretungsfirmen. Als Handelsvertretung werden Kunden in Deutschland, Russland, der Ukraine und der Slowakei betreut. Die vertretenen Firmen stellen ihre Ware gemeinsam als ständige Ausstellung in einer noch nie gezeigten Art und Weise aus. Erstmals ist es gelungen, eine interessante Symbiose aus verschiedenen Bereichen zu kreieren und darzustellen. Für eine persönliche und qualitativ hochwertige Betreuung steht Ihnen das Serviceteam der Handelsagentur Quasdorf gern zur Verfügung. Herr Quasdorf ist für den Verkauf im In- und Außendienst zuständig. Frau Fritsche übernimmt alle Büroarbeiten, von der Auftragsbearbeitung bis zur Pflege der Artikeldaten. Die Dekoration und den Aufbau übernimmt die Meisterfloristin Frau Power. Sie präsentiert aber nicht nur den Schauraum hier in Kesselsdorf, sondern übernimmt auch gern Auftragsarbeiten für andere Kunden. Auch inszeniert und präsentiert sie ihre eigene Floristenshow. Dekohaus Kesselsdorf Weitere Informationen über aktuelle Neuigkeiten sowie Messeauftritte finden Sie auch im Internet unter www.dekohaus-kesselsdorf.de